Ich nehme euch jetzt mit auf eine kleine Crossfit Session und wünsche euch viel Spaß dabei. Schöner Platz hier, um ein paar Pylonen aufzustellen und gutes Training. Es ist halt ein bisschen windig gerade aktuell und auch nicht sonderlich warm, aber ich habe die lange Hose vergessen. So, fünf Kohnen, also fünf Pylonen, ständig im Abstand von sieben Schritten oder so auf. Fangen wir hier an. Eins. Naja, stelle ich euch da zum Besten mal her. So, hier. Zack. Workout, Herr Reiter. So, hier sind wir ab. So, hier sind wir auf das heimischen Korn. So, es gibt noch ein bisschen, wenn wir hier beruf gibt. Shh, da kann ich einen Partner an. Ja, ich habe jetzt nicht verlebt. Wir dringend. Da sind wir. Ich habe auf Hälfte Musik. Ich quirfe immer mehr Hausten. Das war's für heute. 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 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020